Was ist Bayern, daran wirkt mir sehr, ist nicht nur ein einzigartiger, ein erfolgreicher, dynamischer Wirtschaftsstandort. Wir sind mittlerweile die Nummer 1 in der Bundesrepublik Deutschland. Das war nicht immer so. Bis zur deutschen Einheit, meine Damen und Herren, sind wir von anderen Ländern unterstützt worden. Heute sind wir Bayern die Hauptunterstützer anderer Länder. Wenn die Bundeskanzlerin bei guter Stimmung ist, teile ich hier gelegentlich als bayerischer Ministerpräsident mit die Bundeskanzlerin. Ich denke, wir zahlen jeweils die Hälfte des Länderfinanzausgleichs, deshalb gehört uns Bayern eine Wahrheit und die meisten Regeln in Deutschland. Das ist die Stärke bei Bayern. Meine Verehrten, das ist nicht in der sechsten Köln der Bundeskanzlerin, sondern das ist das größte Köln der Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin wird zahlreifen. Hallo, da hast du die Hose gepickelt. So, jetzt sind wir bei unseren Basketballern. Wo muss ich da rüber? Wo ist der direkte Nachfolger von Kowitski? Wer ist der größte? Jetzt bist du. Wer ist schon alles einmal Meister geworden von euch? Jugendmeister? Alle, Deutscher Meister, Jugendliche Olympia für Bayern. Ja, ja, das glaube ich. War es einigermaßen. Ja, das ist richtig populär. Ja, das ist richtig. Und ich habe ja auch ein bisschen mehr. Aber das ist richtig. Wir werden uns da.